Wir starten mit unserer Themenwoche Verkehrschaos in Hamburg. Wie bewegt ihr euch eigentlich die meiste Zeit in der Stadt fort? Und was geht euch dabei so richtig auf die Nerven? Öffentlicher Nahverkehr, wichtiger Teil der Verkehrswende. Was meint ihr, alles in Ordnung oder völlig überfüllt und unpünktlich? Staus und Baustellen, wo steht ihr regelmäßig im Stau? Und was läuft eurer Meinung nach schief? Rad- und Fußwege, sollten sie noch weiter ausgebaut werden oder sind gerade jetzt im Herbst und Winter überbreite, aber leere Radwege die Realität? Überfüllte Straßen, Staus, zu wenig Busse und Bahnen, bei vielen liegen die Nerven blank. Was möchtet ihr Hamburgs Verkehrsplanern sagen? Sagt ihnen die Meinung und zwar eure Meinung? Schreibt sie jetzt in die Kommentare.